Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei unserem Gaston, den wir hier gemeinsam sehen mit seinen beiden Kindern. Ja, einmal seine Tochter, in die er große Hoffnung gesteckt hatte. Sie sollte die zukünftige Königin von Frankreich sein, so seine ehrgeizigen Pläne. Pläne, die ihm sehr viel Ruhm, sehr viel Prestige eingebracht hätten. Aber es hat nicht sollen sein, ihr Gemahl hatte relativ früh geerbt, war schon früh König geworden, hatte dann aber seinen Titel verloren und Gaston hat versucht, dort zu intervenieren, ist aber nicht erfolgreich gewesen. Und so hat er sich dazu entschlossen, als sein zukünftiger Schwiegermund wirklich ein Niemand war, tatsächlich dieses Verlöbnis zu brechen. Das war nicht der Plan, den er für seine Tochter gehegt hatte. Und der Sohn, der nach ihm benannt ist, Gaston, auch er ist in der Tat mittlerweile alt genug. So, dass er vermählt werden sollte. Und jetzt, nachdem Gaston lange Zeit, im Grunde seit Beginn seiner Regentschaft hier mit Kriegen beschäftigt war, zuletzt einem Freund zu seinem Recht verholfen hat. Auch der wird gleich nochmal eine Rolle spielen. Ja, denke ich, ist es jetzt an der Zeit, als er sich verstärkt, um seine höfischen Angelegenheiten kümmert. Er ist ja auch ein ganz, ganz hervorragender Verwalter und dementsprechend auch dieser Tätigkeit nachgeht. Aber nachdem wir uns hier um unsere beiden Kinder gekümmert haben. Und da schauen wir uns doch zuallererst einmal die ältere Gülhemina an. Sie ist jetzt schon bald volljährig, gefühllos soll sie sein, tapfer und zufrieden. Ja, es war gar nicht so einfach für sie eine passende Partie zu finden. Sie ist tatsächlich auch gerade unterwegs, ist hier möglicherweise zu einem Spieltreffen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, und wie gesagt, da war es nicht ganz so einfach. Schaut man, sie ist aber auch athletisch, ein wenig verschwenderisch. Also das verwalterische Talent hat sie nicht von ihrem Vater geerbt. Die bestmögliche Partie, die ihr Vater für sie finden konnte, war der gute Graf Wallrahm von Naumburg. Er ist zwar auch erst elf Jahre alt, aber er ist zumindest der Sohn, hier aus Meißen kommt er, der Herzogin Krimhild eben von Meißen und ist auch ihr ältester Sohn. Das heißt, er wird zukünftig aus dem Hause Weimar, kommen sie, er wird der zukünftige Herzog von Meißen sein. Und das war, ja, wie gesagt, die bestmögliche Partie, die Gaston noch finden konnte für seine Tochter. Wir schauen mal hier nach der Heirat mit Graf Wallrahm und sehen dann, dass das für sie aber auch durchaus prestigeträchtig ist. Das bringt uns tatsächlich auch noch wieder ein zusätzliches, nicht zu vernachlässigendes Bündnis ein. Und dementsprechend werden wir diesen Vorschlag absenden. Das bringt uns erstmal nur ein Bündnis mit ihm. Okay, das ist jetzt nicht ganz so relevant, aber er wird ja irgendwann der Herzog sein. Gut, seine Mutter ist jetzt auch erst 33 bei bester Gesundheit. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Dennoch dann eine gute Verbindung für unsere Tochter. Und dann hatte die gute Begitta auch sehr scharfsinnig aufgepasst. Ihr war mit aufgefallen, dass hier Graf Burscha, unser Freund, den wir hier eben wieder zu seinem Recht verholfen hatten gegen Graf Ulrich von Transjuranien, dass er auch tatsächlich nur eine Tochter hat, die junge Hämmer, 15 Jahre ist sie alt. Und es bleibt zu vermuten, dass sie das einzige Kind bleiben wird, denn Gräfin Mathilde, seine Gemahlin, ist schon 62 Jahre alt. Und naja, das ist, denke ich, auch hier unter den Freunden zur Stärkung dieser Verbindung. Und vor allem, um hier auch dann natürlich das Hause de la Côte weiter zu stärken, eine ganz gute Verbindung, wenn wir hier die Heirat arrangieren und dann eben mit Gaston, gut, da ist jetzt sie ein klein Stück älter, aber das ist nicht weiter schlimm. Sie würden das auch tatsächlich patrilinear annehmen. Das heißt, die Kinder werden ins Hause de la Côte geboren und werden dementsprechend hier irgendwann erben und dann Grafen von Neuchâtel sein. Wir werden auch diesen Vorschlag abschicken und dann mal hier auf die Antworten warten. Ja, ist schon... Ach, er freut sich aber. Eure Tochter und ich werden das beste Paar überhaupt sein. Allzu gerne nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Ach, sehr schön. Und auch Burscha meldet sich. Allzu gerne nimmt auch er das Verlöbnis an. Sehr gut. Dann müssen wir uns... Ach, Mensch. Ach, schaut euch mal das an. Wir haben einen neuen Lehnsherrn. Kaiser Humfried aus dem Hause Nordheim. Der neue Kaiser des Römischen Reiches, eigentlich nur Graf von Geisenhausen, aber, ganz offensichtlich, durch eine Fraktion installiert. Prinz Rudolf hatte gerade erst geerbt, vor nicht mal einem Jahr. Und schon ist er den Titel des Kaisers schon wieder los. Kaiser Humfried. Naja, ehrgeizig als hinterlistig gilt er, aber schüchtern. Eieiei, das sind ja auch interessante Mischungen. Naja, dann bleibt abzuwarten, wie er hier mit dem Titel des Kaisers umgeht. Unsere Meinung von ihm ist nicht die allerbeste. Und das ist natürlich so eine Sache, die ich könnte mir vorstellen, dem Gerechtigkeitssinn hier unseres Gaston widerspricht. Dass er jetzt an so einem Punkt ist, wo er sagt, dieser Kaiser Humfried unter Druck installiert hier gegenüber dem Herzog Rudolf. Er hat das nicht auf gerechte Art und Weise, so wie es sein sollte, diesen Kaisertitel geerbt. Und dass er ihm gegenüber auf jeden Fall... Ja, hier ist seine Meinung über uns, ja, die ist auch bescheiden. Aber dass er hier sagen würde, hm, das ist nicht mein Kaiser. Und es ist nicht gerecht, dass er hier die Kaiserkrone trägt. Tja, da müssen wir mal schauen, wie er damit umgeht. Was ich aber nochmal machen wollte, ist, dass wir hier in einigen Besitztümern nochmal die Kontrolle wieder erhöhen müssen. Die war jetzt auch durch den Krieg und einige Belagerungen runtergegangen. Ansonsten sind wir hier noch mit heimischen Angelegenheiten beschäftigt. Hier auch mit der Entwicklung. Wir bauen ja auch in Leiden jetzt aktuell an den Steueramtsstuben. Sehr, sehr gut. Ihr könntet Kriege erklären, das wollen wir jetzt erst einmal nicht tun. Ach ja, und auf eine Sache wollte ich noch kurz darauf eingehen. Es gab nicht ganz so Unrecht auch den Hinweis in den Kommentaren, dass das Königreich Burgund im Zweifel gar nicht weit weg sein könnte. Und das ist tatsächlich richtig. Ihr seht, es bräuchte eine Grafschaft mehr, um diesen Königstitel erschaffen zu können. Ich weiß gar nicht, ob ich es ihn... Doch es gab ihn irgendwann schon einmal. Er ist vernichtet worden. 1032 erst, das ist ja interessant, das war ja schon... Ah ne, wir sind, glaube ich, etwas später eingestiegen. Also es gab diesen Titel schon mal unter den Karlingern und unter den Welfen. Ist dann aber vernichtet worden. Und es bestünde, wie gesagt, mit einer Grafschaft mehr die Möglichkeit, diesen Königstitel von Burgund auch wieder zu erschaffen. Dann natürlich die Frage, wäre unser Dauphin Gaston jemand, Gaston, jemand, der das tun würde? Ich würde sagen, ja, durchaus. Denn ich glaube, nichts ist prestigeträchtiger. Und das ist ja so ein bisschen das, was ihm wichtig ist, auch als arroganter Charakter, als einen Königstitel zu schaffen und sich selbst als König zu krönen. Allerdings, und das ist aus meiner Sicht eine Art Voraussetzung, er müsste einen Weg dafür finden, wie er das auf gerechte Art und Weise tun könnte. Das heißt, er müsste noch an, ja, mindestens eine Grafschaft oder ein Vasalm oder dergleichen kommen und das auf gerechte Art und Weise. Und dieser Weg scheint ein wenig verbaut. Denn, ja, Herzog Ullrich hatte hier seinen Freund angegriffen, aber Herzog Ullrich ist der gerechte und rechtmäßige Herrscher von Transuranien. Er hatte diesen Titel auch geschaffen. Ich glaube, er war vorher Graf von Bern. Und auch das ist hier im Hause Lenzburg. Lenzburg, das ist hier seit, ja, Menschengedenken vererbt worden. Also es gibt niemanden im Grunde, der hier gerechtfertigter Graf von Bern und Herzog von Transuranien ist. Ähnlich ist es in Savoyen. Auch hier, ja, da gab es mal eine Installations-, eine Fraktionsforderung, aber auch innerhalb der Familie. Aber auch das ist schon wieder gute 50 Jahre her. Auch das, denke ich, kann als, ja, gerechte Herrschaft bezeichnet werden. Und hier Herzogin Faidida, die uns gut bekannte in der Provence. Auch hier ist es so. Schaut euch mal an das Hause Bosonit. Habt ihr seit Obuvinit. Das wird sicherlich sehr verwandt gewesen sein. Da war da mal der König zwischenzeitlich, Herzog von Provence, der ehemalige König von Burgund. Also auch hier das Haus Bosonit kann, glaube ich, mehr als gerecht die Herrscher der Provence bezeichnet werden. Von daher ist es sicherlich schwierig, irgendwie hier noch auf diese Art und Weise an Titel zu kommen. Aber wir werden sehen, was sich daraus noch entwickeln kann. Dann leidet Gaston auch immer noch unter Anspannung. Und da wäre vielleicht mal die Möglichkeit zu schauen, ob er hier nochmal etwas machen kann, um die Anspannung abzubauen. Ja, sich jetzt aber so aus dem Nichts auch dem Alkohol zu ergeben, finde ich auch eher unpassend. Okay, gut. Dann wird er jetzt erst einmal die Zeit so laufen lassen und wird sich dann jetzt erst einmal hier um seine Amtsgeschäfte in Vinoa und in, wie ist denn noch der zweite Titel, Hochburgund natürlich, darum kümmern. So, und es gibt eine Fraktion, eine Freiheitsfraktion. Na gut, das ist jetzt nur Thema Lehnsautorität. Unser Sohn Berard profitiert hier von der Unterweisung seiner Mutter. Das ist auch gut. Ja, Stichwort Fraktionen. Gegen uns gibt es eine hier vom Grafen Gigi. Ja, die ist eher unbedeutend. Und hier möchte jemand niedrigere Lehnsautorität. Stufe 3 hat er. Kaiser Humfried. Hm. Aber so ein bisschen unter dem, mit dem Gedanken, eine Anspruchstellerfraktion. Ah, die könnte man jetzt hier tatsächlich raussuchen. Meinung des Ziels minus 100 von uns? Nein, wahrscheinlich vom aktuellen Kaiser. Ja, so ein bisschen unter dem Hintergrund, dass Gaston Kaiser Humfried nicht als seinen rechtmäßigen Kaiser ansieht und eben Prinz Rudolf der Ganze hier rechtmäßig geerbt hat, könnte man eine solche, ich meine, er gilt auch immerhin als fleißig, ist irgendetwas, weshalb unser Gaston hier besondere Aversion gegen diesen Mann haben sollte. Ich glaube nicht. Aha. Und er meldet sich auch gleich bei uns endlich. Kaiser Humfried ist nur noch ein Hofnarr, der Kaiser spielt. Ich bin mir sicher, dass das Reich zu meiner Unterstützung erheben wird. Denen, die mich unterstützen, wird mein Dank gewiss sein. Okay, es ist nur eine Frage der Zeit. Sehr interessant. Und zwei Mitglieder. Er ist natürlich auch gleich mit dabei und dann wird es vielleicht interessant zu sehen, wer sich dieser Fraktion unter Umständen auch anschließt. Und er ist aber selber auch direkt Fraktionsanführer geworden, wie es aussieht. So, dann wird Gelimina jetzt erwachsen. Sie hat immer eifrig gelernt und ist ein richtiger Gourmand des Wissens geworden. Sehr, sehr schön. Sie ist damit eine scharfsinnige Intellektuelle. Sehr schön. Sie spricht da vulgärdokisch und vulgärdeulisch. Er spricht allerdings Hochdeutsch. Das ist nicht ganz so optimal. Ich glaube, wir können ihr jetzt keine Sprache mehr lernen, oder? Lehren. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Ne, wir könnten von ihr eine Sprache lernen. Gut, dann muss ich vielleicht jetzt nochmal ein wenig Hochdeutsch studieren. Und gleichzeitig wird natürlich ihr Zwillingsbruder Albrick erwachsen. Von Geburt an zeigt er einen Hang zur Verwaltung, sodass es wenige überraschte, dass er es beim Studium der Verwaltung eines Reiches weit gebracht hat. Er zeigt ein gründliches Verständnis der Ströme von Gold und Menschen im Reich. Und er legt auch eine bemerkenswerte Kreativität beim Umgang mit derlei Dingen an den Tag. Und er wurde ausgebildet hier von unserem Freund Burscha. Er ist ein Wohlstandsschaffer. Oh, das ist aber auch. Lüstern, stur und ein religiöser Eifer. Zudem homosexuell. Das ist ein sehr interessanter Charakter, der hier heranwächst. Werden wir sehen, ob er eines Tages zumindest der Dauphin von Vinoy sein wird. Denn den anderen Titel, er hat ja nun einige Brüder. Da gibt es einiges, was aufgeteilt werden muss. Mein Gott, wie schnell sie doch flügge werden. Nun gut. Also die beiden sind jetzt erwachsen geworden. Wir sind immer noch dabei, Fadida zu beeinflussen. Ach ja, die nimmt es uns immer noch arg bös, dass wir hier damals etwas gegen ihre Schwester unternommen haben. Weil unternommen und etwas untertrieben ist, wenn man bedenkt, dass sie durch unsere Hand starb. So, jetzt hat Alberic auch geheiratet. Und Elisabeth von Treven. Auch sehr interessant. Sie ist eben die Tochter von Herzogin Fadida. Und naja, die beiden haben so einiges gemeinsam. Auch sie ist tendenziell eher eine Verwalterin. Auch wenn nicht ganz so wie mit seinem Talent gesegnet. Ebenfalls stur und religiöse Eiferin. Zudem fleißig. Allerdings auch homosexuell. Also er steht dann doch eher auf Männer. Oh, interessant ist er. Auch reizbar. Sie steht dann doch auf Frauen. Also die beiden sicherlich ein sehr interessantes Paar. Hm. Zudem ist er zeugungsunfähig, was seine Fruchtbarkeit stark beeinträchtigt. Von dem, ich wiederhole mich da, wir natürlich nichts wissen. Ähm. Also jetzt aus rollenspielerischer Sicht. Es wird interessant zu sehen sein, was uns die Geschichte über die beiden erzählen wird. Aber das ist noch ein wenig Zukunftsmusik. Aktuell geht es hier um unseren Gaston. So, jetzt ist hier wieder ein Krieg gewonnen. Der König von Frankreich. Und was ist mit unserem Sohn passiert? Passiert. Mein Sohn Otton wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig. Ja, und angespannt. Oh mein Gott. Er hat entzündete Wunden. Wenn die richtige Behandlung angewandt wird und Jesus sich gnädig zeigt, sollte er überleben. Wie ist ihm das denn jetzt geschehen? Ja, und wir müssen jetzt mit unserem Bischof und Hofarzt sprechen. Könnte es hier eine sprunghafte Handlung sein, dass hier zu drastischen Maßnahmen, ein Stück weit eine Übersprungshandlung vielleicht von Gaston, dass hier zu drastischen Maßnahmen gegriffen werden muss, dass er ein Stück weit aus dem Affekt hier handelt, diesen Befehl gibt. Und irgendwie, vielleicht auch geschockt, dass sein jüngster Sohn auf diese Art und Weise verletzt und dass es ihm so schlecht geht, dass hier zu drastischen Maßnahmen gegriffen werden muss. Ich denke, sprunghaft und aus dem Affekt entscheidet er sich dafür. Und was erfahren wir jetzt über diese Behandlung? Oh, offensichtlich ist er hier irgendwie bei diesem Spieltreffen verwundet worden. Oh, der ist jetzt schwer verletzt. Ist das jetzt schlimmer? Wir bekommen hier die nächste Information. Dann, ja, er muss weiter behandelt werden, ist doch klar. So, und der Nachbar, der König von Frankreich, hat einen Tyranneikrieg gewonnen. Und unsere Kinder sind jetzt zurückgekehrt, beziehungsweise befinden sich auf dem Rückweg. Bezündete Wunde, unschwer verletzt. Also offensichtlich war das keine erfolgreiche Behandlung. Kann man denn noch irgendetwas für ihn tun? Es geht um die Reihe von Venua. Mein Freund Graf Bouchard verbreitet wie ein zwitscherndes Vögelchen die Neuigkeit über Tiere, die in meinem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel Gerede aus Venua. Es heißt, man könnte dort vorzüglich jagen und zahlreiche stattliche Tiere sein in den Bergen dort. Gefunden worden. Was machen denn Reier in den Bergen? Das sind doch eher Tiere, die an Seen leben. Vielleicht gibt es dort Berge sehen. Vogelsichtung in Venua. Spannend, ja, warum nicht? Aber wir sorgen uns natürlich erst einmal weiter um Otton. Ach, schaut euch das an. Und in diesem Augenblick hat er sich von seinen Wunden erholt. Das ist doch sehr, sehr schön. Hier wird weiter gekämpft. Ich sehe da das Wappen der Lombardei. Oh, hier wird gekämpft der Angreifer, der Herzog von Verona, mit einigen Verbündeten auf beiden Seiten. Und es geht hier um Graubünden, um diese Region, um die sich hier gestritten wird. Ja, so ziemlich ausgeglichen, wobei der Angreifer hier stärker zu sein scheint. Nun gut. Was macht die Funktion, die wir hier aus dem Leben oder ins Leben gerufen haben? Da hat sich noch nichts weiter geschafft, noch nichts weiter erledigt, noch nichts weiter ergeben. Mein Gott. So, und unser Verwandter Herzog Leon, er war ja ein Delacote. Er hat jetzt ein neues Haus geschaffen, das Haus Cot-Flour. So, sehr interessant. Damit hat unsere Dynastie jetzt, glaube ich, zwei Häuser. Kann es sein, dass es die erste Nebenlinie ist? Gott und Bogen. Können wir mal zu unserer Dynastie springen? Ach, hier gibt es auch so einen Dynastiebaum. Ach, das ist ja auch interessant. Sehr schön. Ach, hier gibt es noch den Pfad unseres... Oh, was ist denn dann? Was geht denn in diese Richtung auch noch? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es wird natürlich hier immer noch breiter. Ach, und Herzog Ulrich entstammt ja sogar auch noch unserer Linie. Ja, ja, er ist ja ein... Sohn von Maria. Und Graf Hatto, ja stimmt, so war das ja. Ja, im Grunde ja ein Grund mehr. Ich meine, er ist relativ entfernt verwandt, würde ich sagen, aber... Dennoch natürlich ein Stück weit auch ein Grund mehr hier irgendwie nicht zu... noch mal zu intervenieren. Sehr interessant. Das einzige Kind von Graf Albirik, was noch lebt, ist Graf Bermont. Der allerdings auch schon 45 Jahre alt ist. Und dann gab es natürlich tatsächlich in unserer Linie auch schon Könige. Und wie gesagt, es gibt die Linie des Bruders noch von Albirik, die tatsächlich auch noch weiter fortbesteht in diesem Kind. Sehr interessant. Eigentlich wollte ich aber ja wissen, wie viele Häuser es gibt, weil es auf die Stelle nicht zu finden ist. Ich meine, es müssten dann aber zwei sein. Weitere sind dann noch nicht gegründet worden. So, und wir werden eingeladen zu einer Jagd. Herzog Adalberto der Steiermark. Hm. Na ja, ich würde sagen, so eine Jagd ist doch durchaus prestigeträchtig. In drei Monaten müssten wir aufbrechen. Dann würde ich sagen, warum soll Gaston nicht hier an so einer Jagd teilnehmen? Ja, es ist jetzt nicht in der unmittelbaren Nähe, aber wir haben auch schon Einladungen zu Jagden bekommen, die deutlich weiter weglagen. Aber, hm, nein, ich glaube doch nicht. Wir werden das doch ablehnen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass er ja nun, ja, lange unterwegs war und eben ein ganz hervorragender Verwalter ist und sich, denke ich, auf diese Art und Weise dann doch erstmal um seine eigenen Besitztümer hier kümmern möchte. Ach, sehr interessant. Und Leon wird damit auch das Dynastieoberhaupt. Hm. Das ist ja sehr interessant. Nun gut. In letzter Zeit haben viele Menschen in meinem Reich Baronin Euphrusina gelobt. Sie gilt weiterhin als vorbildliche Baronin, der im Reich mit sie harte Arbeit einen großen Dienst erweist. Ob eine solche Einschätzung ihrer Leistung richtig ist oder nicht, das spiegelt sich auch gut in mir wider. Mhm. Wir können sie jetzt loben. Sie stiehlt mir die Lorbeeren. Sie verliert dann Meinung. Wir erhalten dann aber Prestige. Ja, ob unser arroganter Gaston das so gut abkann, wenn jemand da offensichtlich irgendwie so empor kommt, ich bin mir unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass er das eher etwas ungerne sieht. Er wird da doch ein wenig die Nase rümpfen, denke ich. Nun gut, wir werden schauen, ob er vielleicht aber die Möglichkeit hat, wenn er hier eine Jagd, schon nicht an einer Jagd teilnehmen kann, ob er dann vielleicht aber selbst eine Jagd auch ausrichten kann. Denn das ist natürlich deutlich prestigeträchtiger auch als einfach nur die Teilnahme. Das werden wir uns dann aber in der nächsten Folge anschauen. Also ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Euer Henri.